ARD Text im Auftrag von Funk Super, dann brauchen wir diesen Farbpölen nicht mehr. Dann nimmt es mir schon ein Wunder, ob wir den ... Du, was hast du da gesagt? Was hast du da gesagt? Bist du das gewesen? Hast du das gemacht? Das wäre komisch. Was? Was hast du da? Was? Was hast du da gesagt? Grüezi. Guten Morgen. Guten Morgen. Bei uns ist morgen. Wir zwei sind heute unterwegs. Den ganzen Tag aber. Und zwar folgen wir jemandem. Das ist die Idee der Sendung Gülscher folgt dir. Aber nicht nur Gülscher, sondern auch Matthias. Lüschi, du machst die Kamera bei uns. Aber nicht nur die Kamera, sondern auch die Redaktion. Das heisst, du vorbereitest, wem das wir eigentlich folgen. Wem folgen wir heute? Heute, auch mal auf uns von dir, folgen wir dem Spitalgelohn. Das sind so Menschen, die ins Spital gehen zu todkranken Kindern. Und schauen, dass sie einfach den Alltag und den Schmerz, den sie haben, in ihrem Spitalleben vergessen können. Und einfach Kinder sein können. Gut. Und das kennt jeder, glaube ich. Das kennt man entweder von den Werbungen, von der Theodorastiftung, die im Kino laufen. Oder das kennt man einfach, glaube ich. Was hast du für ein grundsätzliches Bild von einem Klon? Ich habe mal einen von den Klonen kennengelernt, von der Theodorastiftung. Ja. Und für mich war es so, wow, 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 wow. Ich konnte die Person gar nicht fassen. Die war so in der Rolle von dem Klon. Ja. Ich konnte mit dieser Person nicht sprechen. Es war so, duck, eine Wand. Und du musst mir gar nicht kommen, Gülscher. Ich bin jetzt am Arbeiten. Ich nehme mir noch Wunder, wie das ist mit ihm. Wenn er in der Klonrolle ist. Weil die sind wirklich weg. Die schwingen auf einer komplett anderen Sphäre. Ja, wirklich. Wir haben jetzt das Glück, dass wir ihn vorher kennenlernen können. Und hoffentlich auch als normaler Urs kennenlernen. Und dann vielleicht auch diesen Kontrast sehen. Zwischen Klon und Privatleben. Meistens verstehe ich mich mit der Klon besser. Ja. Ich glaube. Also ich weiß es nicht. Ich bin selber ein Klon. I don't know. Ja. Ich darf nicht essen. Ich will aber nicht mehr mal zur Überschrift machen. Hallo. Hallo. Ich will noch essen, Entschuldigung. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. 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 Garten. Guten Morgen. Hei. Guten Morgen. Gern. Das ist meine Kompassnadel. Wenn ich hier in der Stadt unterwegs bin, weiss ich immer, wo ich zuhause bin. Dort, wo es riecht. Es ist lustig, du wohnst gerade beim Primetower und für dich ist nicht der Primetower quasi der Kompass, sondern das riechende, abfallverbrennende Ding. Ja, das passt viel mehr zu mir. Riechende, abfallverbrennende Ding. Auf Bändeutsch heisst das ja Primetower. Und dann wirst du ja verächtet in Zürich, wenn du so etwas sagst. Das weiss ich nicht. Ich habe Ostschweizer Dialekt, weisst du? Das ist eh schwierig für mich. Darum, wir sitzen im gleichen Boot. Wo es dann gerade abfährt. Und jetzt Kaffee. Willst du in mein Zimmer noch schnell schauen? Hier schläfst du? Hier schlafe ich, ja. Und was ist das sonst noch so in dein Zimmer? Das ist mein Altärchen. Das heisst, das sieht aus, wenn das nicht unbedingt so kreuz und christlich ist, oder? Seht ihr hier keine Kruzifix? Nein, nein. Sondern ist das dein Altar für zu meditieren? Ja. Wirklich? Ja. Echt? Du meditierst? Ja, ich stehe dann da und meditiere. Ich weiss auch nicht, ob ich es richtig mache. Du tust aber mit etwas reden. Stehend. Nein. Nein, stimmt. Ich habe mit mir selber so Atemtechnik. Also entlungen kann sich so eine Wohnung leisten jetzt. Also ist es das? Ja. 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 Das sind die Neuen. Das sind die Neuen. Das sind die Neuen? Ja. Das weiss noch gar niemand. Du wohnst mitten in Zürich und du hast drei Stöcke. Wer wohnt denn sonst noch da? Wohnst du mit Familie? Andreas, das ist ein Architekt. Der hat eigentlich eine Frau gesucht im Internet. Und dann bin ich gekommen. Aber hast du noch Familie? Hast du Kids? Ich habe eine Tochter, die ist in Bern. Sie ist schon 23. Das ist eine grosse. Und deine Frau? Die war dort am Friesenberg, aber die gibt es nicht mehr. Das ist nicht meine Frau. Genau. Also deine Ex-Frau, also die Mutter von deiner Tochter. Ah, die ist auch in Bern. Mit ihr habe ich es gut. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Was ist dein Beziehungsstatus? Ja, ich habe jemanden kennengelernt. In Zürich. Und es ist alles noch so frisch, dass ich noch gar nichts sagen darf. Dass es gar nicht filmreif ist. Wer schmeisst denn den Haushalt? Eine Putzfrau? Nein, das mache ich selber. Die Wohnung putze ich, weil ich eigentlich Zeit als Künstler habe. V.a. am Morgen. Und wie hast du denn Geld als Künstler, um dir das zu leisten? Das sind sehr intime Fragen, die ich dir beantworte. Ja. Also das eine ist natürlich ein grosses Standbein, die Theodorastiftung. Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie hier in Zürich. Und ich hatte noch nie so viel Geld wie hier in Zürich. Darum auch diese Wohnung? Wahrscheinlich ist es wegen dem. Aber jetzt kommt es, Gül schon. Er hat etwas vorbereitet für dich. Ich habe wirklich. Ja. Magst du? Ja, sicher. Komm. Bist du schwindelfrei? Ich bin eigentlich ziemlich resistent. Wenn die Kamera läuft, muss ich einfach alles machen. Ah, das ist gut. Das ist der Deal, weisst du. Mit dem Kaffee in der Hand? Du darfst jetzt einfach nicht abstürzen. Kannst du mir etwas geben, wenn du willst? Das gebe ich. Soll ich dich filmen, wie du abstürzt? Ja genau. Du filmen, wie ich abstürzen. Hier sind wir elf Dokumentaristen. Danke schön. Danke schön. Ist das ein Platz von dir? Das ist jetzt ein Platz von mir. Also wirklich? Kommst du da auf und machst jetzt das, was wir machen werden? Ja, das machen wir jetzt zusammen. Was machen wir da? Soll ich das so herstellen und ich sehe, wir sind hier. Das ist prima. Wir machen jetzt einfach meine Morgenübungen zusammen. Atemtechnik. Aufmachen. So, du darfst sie erst. Ladies first. Hast du gerade Atemtechnik? Sehr schön. Das ist Level zwei. Für eine gute Energie zu bekommen. Sie ist einfach oben. Du hast die schlechte Energie runter in die Erde. Du hältst einfach die gute Energie von oben runter. Du hältst hier wie eine Wolke. Schön langsam. Und die schlechte Energie, die ziehen wir unten hoch. Super. Schön langsam über dich reinziehen. Das macht mich ganz glücklich. Ich finde es... Schon eine Freudenträne. Ich finde es so... Ich finde es schön, aber ich finde es auch so ein bisschen... Man gibt so etwas, wenn andere zu einem zuschauen. Uns schauen ja jetzt die Leute zu. Das ist so wie ein bisschen Teams auch. Und dann denke ich mir so im Hinterkopf, es gibt sicher Leute, die sich dann lächerlich darüber machen. Und eigentlich müsste man sich das einfach abstellen und sagen, weisst du was? Das sind so die Komischen, die kommen anders. Nieder. Genau. Nieder, die sagen, wir können nicht oben stehen und mit dem... Ja, und davon meditieren. Ja, aber ich weiss auch nicht, ob es wirklich etwas bringt. Ob es wirklich dann... Ja. Jetzt kommt Level drei. Jetzt fahre ich das Horn ins... und rufe diesen Tag ein. Super! Wow! Es klingt wirklich wie auf einem Schiff. Kenn ich das auch? Ja, das kannst du auch. Wow! Es ist episch! Hey, wow! Wieso hat das nicht jeder zuhause? Yeah. Hi, hi, Captain! Gülscha! So gut! Ich hätte niemals gedacht, dass es so einen Ton gibt. Woo! Hahaha! Bist du immer in Sonnenbohlen? Nein, natürlich nicht immer. Natürlich nicht immer. Aber du bist immer in Sonnenbohlen als Regenwolken. Ja, aber du bist mehr Sonnenbohlen als Regenwolken. Ja, ja. Ich weiss nicht, wie ich mich am Sumpf rausziehen kann. Im Sumpf darf man sich nicht zu fest bewegen, sonst saufst du nach der Therapie. Keine Panik. Im Sumpf ist es ein schönes Bild. Wenn es einem mal nicht so gut geht, dann sollte man sich einfach ruhig haben. Wenn du im Sumpf bist und in Panik kommst, und du willst aus dem Sumpf rauskommen, dann geht es schnell und dann bist du weg. Wenn du dich im Sumpf stillhäbst, dann kannst du auch noch hoffen, dass jemand vorbeikommt. Um dich rauszuholen? Ja, oder du ziehst dich an deinen eigenen Haaren aus dem Sumpf. Das kannst du ja gut an deinen eigenen Haaren haben. Hast du Sumpf erlebt? Ja, die menschlichen Sumpf, die es so gibt. Genau, aber ist so ein Sumpf der Grund, dass du zum Beispiel auf Zürich gekommen bist? Nein, der Sonnenbolle war der Grund. Ja, das war der Grund, warum ich auf Zürich gekommen bin. Sonnenberg, Uetliberg. Die Liebe war der Grund, warum ich auf Zürich gekommen bin. Also vor zwei oder drei Jahren? Vor drei Jahren, genau. Dann ging das aber in die Brüche und war das dann sehr schlimm? War das ein Sumpf? Das war auch ein Sumpf, ja. Das war nicht schön. Es gibt keine schöne Tränungen. Die Tränungen sind immer etwas traurig. Das hat jetzt aber zwei Jahre gedauert. Und jetzt ist Frühling und ich habe mich neu verliebt. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Musik Die lege ich heute nicht an, weil sie nicht stark ist. Was heisst das? Heute sind wir zu stark. Die kleinste Maske auf der Welt hat sehr gute Ressourcen. Man kann sich manchmal auch verstecken hinter den kleinsten Masken auf der Welt. Aber man kann auch berührt werden. Das ist die Spezialität der Spitalclowns. Das sind keine Sackmehlclowns, die weit weg sind und die du nie nähen kannst. Wir gehen sehr nahe und das ist mir zu stark. Heute schafft man zu viel Distanz. Heute mache ich ein ganz dezentes Make-up. Ich habe das Gefühl, heute bin ich gut, dass ich ganz nahe an die Kinder gehen kann. Mal schauen, was uns erwartet. Musik Gut, da sind wir also. Wir grüssen sich miteinander. Darf ich hineinkommen? Darf ich vorstellen? Frau Dr. Gülscha. Frau Dr. Zuluuk. Dr. Zuluuk. Grüß dich. Hallo, Kameramann. Hallo. Matthias. Jetzt, ähm, äh, Clara. Nein. Nein, das ist schon wieder falsch. Ähm, sechs. Fabia. Fabia, Gülscha, Dada, Mathia. Und jetzt gehen wir rüber. Fabia, dann ist das also Clara. Ah, jetzt habe ich es richtig gesagt. Kleinfinger. Ei, ei, hallo. Also, das ist zum Beispiel mein Sternzeichen. Die beste Freundin. Ach, ah, Sternzeichen? Ja. Das ist mein Sternzeichen. Guten Morgen, die beste Freundin. Darf ich mir vorstellen? Fabia, die beste Freundin. Wieso weisst du, dass das mein Sternzeichen ist? Ich habe hellsehliche Fälle. Du weisst. Ah, sie hat hellseherische Kräfte. Hallo, habt ihr das mitbekommen? Das dürfen wir sicher schnell austesten. Kennst du die? Das sind Lachvitamine. Ui. Das sind die... Ui. Ui. Die kommen so weg. Die kommen so weg. Und jetzt hast du gesagt, du hättest so Feigkeiten. Gülscha. Könntest du mit dem verzauberten Zeichen Zauberstab? Buh. Wie eher eine magische Bewegung machen. Wow. Jetzt tun wir diese in deine Hand hinein. Du lässt dich ganz gut konzentrieren. So. So. Wir tun dich da rein. Du machst zu. So. Und so. Und so. Gut. Es tut mich jetzt wundern, ob du wirklich magische Kräfte hast. Mal schauen. Ja. Das ist aber ein kleines Applauschen. Sie hat tatsächlich Magische. Ein kleines Applauschen. Nein. Also hallo. Bist du daraus gekommen? Nein. Du kommst sowieso daraus. Du weisst es erfunden. Nein! Du hast es erfunden. Ich habe es erfunden. Ihr habt also noch einen Wunsch. Oh, die ist schön. Welche Saui nehmen? Die? Ich nehme die. Und dann gebe ich dir sie. Und dann darfst du dir etwas daraus wünschen. Wow. Hast du einen Wunsch? Darfst du sie mir sagen? Höchstens Fischole. Ah. Nicht weiter sagen. Okay. Es ist geheimlich, dass es niemand mehr sagt. Gut. Wärst du so ausserordentlich freundlich nett, dass du vielleicht noch ein Autogramm ihr schenken könntest? Hier schreiben. Gross. Oder lieber hier. Oder hier. Gut, schreibst du mal. So. Zeig mal. Wow. Und da hinten hätten wir auch noch einen Wunsch. Da hätten wir auch noch ein Autogramm. Das Autogramm? Wo wollen wir das Autogramm haben? Hinten aufs T-Shirt. Zeig mal. Da sind schon ganz viele unterschiedliche. Gut. Darf ich mir auch noch etwas wünschen? Hey, unbedingt. Und zwar machen wir mit dir das grosse Finale. Jetzt brauchen wir noch mal eine magische Bewegung. Das Autogramm. Sehr schön. Du darfst es niemandem sagen. Ich darf die beiden flüstern. Sie haben es mir auch gesagt. Achtung, Achtung. Und dass die Kamera nicht hört. Und ich darf das ein wenig ablenken. Gell? Ey, ein kleines Applaus. Es sind viele Geheimnisse da oben gewesen. Ja. Sehr schön. Wir machen noch den Pandemie-Gruss mit der anderen Hand. Yes. Das ist der Pandemie-Gruss, damit wir die Hände nicht waschen. Logisch. Ah. Wasch nochmal. Jetzt hat sie es für mich. Tschüss. Sehr schön. Pandemie-Gruss. Sehr schön. Super. Hey, macht's gut. Schnell raus. Tschau. Tschau. Ja. Herzlich. Sehr gut. Bravo, bravo, bravo. Herzlich. Ja. 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 Jetzt sind sie am Giggelen. Jetzt sind sie am Giggelen. So nach. Hallen nach. Das Gespräch, das ist alles. Und es wird jetzt vielleicht noch ein Zeitpunkt Thema Nummer eins sein. Das ist cool. Mhm. Ziel erreicht. Mhm. Finde ich auch. Sehr schön. Mhm. Aber es ist ja noch nicht ganz. Jetzt gehen wir noch weiter. Jetzt gehen wir weiter. Jawohl. Schau, jetzt können wir sie noch holen. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Gwenn, darf ich dir mal mein Zauberbüchchen vorführen? Willst du das mal sehen? Es hat nämlich magische Kräfte mit der magischen Zauberfee Gülschas im Zauberwald. Willst du das mal sehen? Ja. Das war eine Überflüge-Zaubermusik. So. Am Anfang. Am Anfang. Gülschas immer gut sich kondensieren. Ich kondensiere mich. Sehr schön. Du machst es super, Gülschas. Wow. Ist das für mich? Ja. Wie im Gotti. Das Gotti. Mit der Gülschas zusammen. Ja, halten. Bitte halten. Am Anfang ist alles noch schwarz-weiss. Schau mal. Gar nichts ausgemalt. Jetzt nimmt es mich wundern. Du hast eine geile Farbe bekommen. Kannst du das mal so etwas drauf reiben? Sehr gut. Du musst auch da drauf reiben. Das ist immer mit dem Zauberstand. Da muss man immer gut die Farbe gerade einreiben. Das brauchen wir noch. Rot. Hast du noch etwas rot? Hm. Hat jemand etwas rot? Ich? Ich habe auch rot. Du hast mega viel rot. Danke. Oh, mega viel. Jetzt. Jetzt nimmt es mich Wunder. Schütteln, schütteln, schütteln. Und jetzt schauen wir mal. Hey. 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 Jetzt sind alle Farben drin. Hey. Ihr habt es können. Das gibt also ein kleines Applaus. Hey. Ihr habt es können. Super. Dann brauchen wir diese Farbe nicht mehr. Dann nimmt es mir schon ein Wunder, ob man den ... Was hast du da gesagt? Was hast du da gesagt? Was hast du da gesagt? Warst du das? Hast du das gemacht? Das wäre doch ein komisches Zaubert. Was? Was hast du da? Was? Was hat sie da gezaubert? Hast du das gezaubert? Nein. 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 Ah. Nein. Hallo, hallo, hallo. Wer hat so viel Zaubert? Das hört ja nicht mehr auf. Das hört ja nicht mehr auf. Du, dann kannst du es mal wegzaubern. Ja, du es mal wegzaubern. Hallo, hallo, hallo. Super. Jetzt rühren wir es in die Luft. Eins. Zwei. Drei. Ah, danke. Herzlichen Dank. Hallo. Super. Tschüss. Wie sagst du? Wenn wir so, wenn wir so. So ist auch gut. Oder ich könnte auch so. Tschüss. Mäh. Tschau, Möhnli. Tschau. Tschau. Tschau miteinander. Tschüss. Tschüss. Tschau, Möhnli. Tschau, Möhnli. Tschau, Möhnli. Tschau, Möhnli. Das war jetzt hier, wie sie giggelt hat. Ja, wie sie giggelt hat. Ja, wie sie giggelt hat. Ja. Hast du das im Kasten? Ja. Je nach Skills. Ja. Ja. Mein Uterus hat da glühlt. Hei, hei, hei. Hat es vibriert? Ja, dachte ich so, ah, jetzt muss der Berliner gefüllt werden. Ja, ja, du, du. Ja, da du. Ja, ha, 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 ha. Ja, nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Wie ist denn das? Wenn du mit so vielen Emotionen umgehen musst, kannst du einfach sagen, ja, ich lasse es jetzt einfach. Ja, und wenn ich so berührt wurde, oder so berührt auch bin nach diesem Such, dann habe ich eine gute Methode für mich herausgefunden, wie ich damit umgehe. Ich nehme euch mit und bringe euch an diesen Ort, wo mir dann auch noch mal hilft, zu abschminken. 1, 2, 3. Das ist jetzt noch mein Porträt an dich. Danke vielmals. Danke. Ich erkenne mich wieder heraus, dass ich nicht so eine riesen Kühne habe. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen weit runtergerutscht. Ich erkenne mich. Das sollten die Libellen sein. Ja, genau. Darf ich das wirklich behalten? Ja, das darfst du behalten. Danke schön. Ich sage dir tschüss. Ich sage dir auch tschüss. Danke, dass du es aushalten hast. Das war überhaupt kein Aushalten. Es war mega schön. Und ich wünsche dir noch viel, vor allem, was du jetzt willst, wünsche ich dir das noch. Das kommt. Ja, hoffentlich. Ich weiss nicht, was ich sagen würde. Ich habe kein Fazit. Ich habe wie alle Fazite schon gesagt. Ich finde, das ist ein super toller Typ, der Urs. Ja, das stimmt. Aber ich kann zum Urs nichts sagen, außer dass ich es einfach... Also ich kann nichts sagen. Es war einfach schön und er ist ein toller Mensch. Und das, was er macht, ist wundervoll. Also ich bin Fazitlos. Ich bin sprachlos. Ja, irgendwie. Ich weiss nicht wieso. Selten. Gilles hat mal etwas sprachlos gemacht. Ja, ich weiss nicht. Also... Ich kann das jetzt nicht noch zusammenfassen. Muss vielleicht auch gar nicht. Ja. Es war einfach ständig gut. Wir machen das gar nicht. Wir stellen jetzt einfach die Kamera ab und sagen, so wie es war, ist es gewesen. Okay. Wenn es schön ist, ist es schön. Dann geniessen wir das. Dass ich wohl nicht reden meinst.